Salsam! Salsam, wenn wir kurz in einem neuen Video heute spielen werden. Heavy Rain! The Legend Goes On! Das hast du mir gedacht so gemacht. Aber das ist eine Zeitaufnahme, denn wir vergessen den Ton vom DGV. Weil du? Ich habe keine Ahnung von dem, was du miteinander machst. Ja, wir eröffnen dieses Video für Heavy Rain. Und ihr könnt euch begleiten auf die Reise Heavy Rain. Das ist ein Interaktiv-Spiel. Also man kann Entscheidungen und den Spielverlauf ändern. Und ja, das war's. Früher habe ich mir 18 Videos gemacht. Auch auf alles in Deutsch. Ihr könnt das mal schauen. Ich habe drei Folgen gemacht. Und Freddy war immer dir, der gesagt hat, das will unbedingt neue Folge. Ja, jetzt bin ich live dabei. Wie alt? Also nein. Gut. Ja, gut. Ich fahre an mit Spielen. Und ja. Let's fucking go. Ein paar zuerst. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Also nicht nochmal. Ich fahre nicht. Wäre alles über kühlt genug? Ja, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Das? Das läuft. Das ist rot. Gut. Digga, spiel. Ah, boah. Es muss eh noch nicht... Ah, shit. Interessiert. Gut, ich bin gerade. Ich mache da gerade. Huh, das Monster. Und die Popcorn? Anderes Spielt. Ich habe eigentlich gar das Fibroast durch, ich hatte es schon gesehen. Ja, mhm. Ah, ja. Die Steirung ist so geil. Man muss die Tasten hier drücken, plus nachher nur die Choice hier, um umlaufen. Geil? Nein, geil, Alter. First try aufgeschoben worden. Ach, schon wieder zu. Scheiße. Wir müssen. Gehör, wenn wir mal mitlegen, von der Zierschauer. Jetzt wollen wir alle mal ausgesehen. Ich kasse die Steirung. Ja. Wow. Schön. Jetzt sind mehrere geschaut. Jetzt warten wir mal an Gott, dass wir vom C in den Buch schrauben. Ich frage gar keine Wurfsack. Hausenmottel schon. Hausenmottel. Ja. Flags. Schau. Shoutouts. Ganz ruhig. Nein. Und wieder zu. So. Nein. Welche du nicht? Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runter gehe. Nein, welche du nicht? Jetzt sind wir... Ja. Was ich gesehen wollte... Das Spiel ist in verschiedenen Alten. Verschissalten. Es ist erst auf die PS3 gekommen, und dann ist es geboten auf die PS4. Ja, super. Komm auf! Entschuldigung. Ich gehe jetzt durch. Ja, ich gehe nicht durch. Dreckige Boss da. Dreckige Däne. Es ist der Däne. Es ist einfach der Däne. Jetzt ist der Däne. Jetzt ist der Däne. Jetzt ist der Däne. Das ist der Däne. Ich weiß gar nicht was in dem Game 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 passiert. Wenn ich hier lieber... Oh, ja. Du besser ab und. Was? Wow, ich habe schon mal spiel. 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 Und jetzt? Nein! Nein! Oh, das Spiel ist jetzt. Es ist ein Snack. Es ist langsam. Es ist richtig gut. Nein, oder? Däne! Der Däne ist falsch. Wenn ich hier lebe! Ein separationab ocup. Wenn ich nur weiter讲 dem. Ja. Jetzt. Dosierer 2 hat selber duschen müssen und ich kann nur noch weiter. Egal! Das ist richtig. Lass dich lassen! Kannst du dich anschauen? Ja. Sogar singen willst du machen? Ja. Ich könnte sicher noch mal umspielen. Ja. Der Unterschied hätte ich gemacht. Oh ja. Oh ja. Ey, ey, ey. Du bist ein fettes Alter. Ich kann jetzt gleich um... Nein. Nicht in den Arsch. Ich kann mich nicht auswählen. Ja, das war. Oh ja. Oh ja. Also du meinen Weg hast du genug. Also du kommst. Ich. 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 Das war ein schienes Smile, Alter. Das war richtig mhm, 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 mhm. Alter, die Sonnenflöhrs, Sonnenflöhrs. Komm ich jetzt da mal? Da hast du mir gehört. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Schlapp dich nicht im Willen, Alter. Nee, es geht durch. Ist wichtig für die Sonnen? Ja. Mäsch. Das war's, Dicke. Oh, ein Copywriter. Das war's. Ich finde, ich höre geil von dem. Das ist richtig. Das ist richtig. Komm, schiesse das Gesicht vom Mabedra da. Ich bin schienein. Ja, Dicke. 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 Ich füge mich in 6 Ases. Ja, schiesse jetzt einfach seine Sachen da. Dicke, das ist ein zu schnelles Schnitt. Dicke. Dicke, kannst du das bitte auflassen, anstatt nur mal da schiessen? Alles ist so. Ja. Dicke, das ist so. Dicke. 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 Das ist seine Juni, Alter. Juni hat immer noch ihren Arbeitstag. Tolles Wetter draussen. Ich könnte eine Auszeit im Garten einlegen. Ja, scheint gerade, weil ich... Arbeiten. Geil, Alter. Jason. Oha! Jason! Bist du so... Oh, ich lass mich schütteln und... Nein, du trichst jetzt schon ein Tod draus direkt. Du bist ein Mann. Oha! Oh, nicht zu geirig. Karma. Ich nenne das Kaffee aus, oder? Das ist ganz orange. Das ist das Geilste da. Ich habe nur die Zendgeputze davor. Machst du auch noch vorstellen? Oha! Bravo! Nein, du hast schon viel zu heisse Brie drin. Das ist jetzt eine Folge, die du einfach den Kaffee lassen lässt. Gut. Es riecht mir nicht mehr. Es riecht mir nicht mehr. Ja, der geht mir nicht mehr. Ja, ich habe immer mehr Schwertfläge. Das ist nicht der Garten. Vielleicht ist das Junge auf dem Rasen. Was soll das? Alter, ich lache nicht. Kevin! Wie viel mehr muss ich dir noch sagen, Kevin? Kevin! National Geography. Ich bin der richtige Dad, du lachst es einfach noch laufen. Was soll das tun? Mach es nicht. Mach es nicht. Scheiße. Scheiße. Das kann man laufen. Was für ein Hit da. Was soll ich spielen für die 10 Stunden? Ich glaube, das ist nicht mehr leer. Gut. Grace. Es ist fast Mittag. Grace und die Kinder müssen jeden Moment zurückkommen. Warm. Hier erstickt man ja. Ich schneide im Garten mal frische Luft. Was ist das Geburtstag? Ich hoffe, Grace hat ein Geschenk für Jason bekommen. Ich hoffe, Grace hat ein Geschenk für Jason bekommen. Ich freue mich sehr. Ich komme an meinem Team um das zu Ende. Ich nehme meine Dieilie. Ich habe es nicht mehr gehalten. Ich habe es nicht mehr gehalten. Ich hab schon die Stiere. Nein. What the fuck? Ich bin gut aus. Jetzt bin ich wieder hinten. Ja, schnell. Zu hart. Ah, heute ist der grosse Tag. Der Lego war der Sinn. 10 Jahre ist nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Autofahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Eason, kannst du mal helfen? Ich kann mich nicht. Yes, ich helfe dir mal. Sorry. Ah, ich muss meine Gleichzeit. Sorry. Sorry. Ich würde den Latsch jetzt auf der Kurs hätte ich noch mal aufgenommen. Ja. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt. Wendigen. Nein. Arbeiten. Ah, nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Hoffentlich habe ich noch eine Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich habe noch tausend Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Was? Hilfst du mir bitte? Die Dessinteller sind im Wohnzimmerschrank. Oh ja. Kein Problem. Ich mache das schon. Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Das ist richtig egal. Das ist das Set von meiner Mutter. Pass auf, okay? Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Oh nein. Was ist denn der Gedanke? Sie wird mit jedem Tag schöner. Ich glaube, ich gehe raus und spiele mit den Kindern. Ich bin sehr froh. Ich habe das heute noch nicht gesagt, Mrs. Maas. Ich finde sie sehr attrakt. Das ist sogar nicht schlecht, Mr. Maas. Ich hatte... Ich gebe jetzt ein Kinderspiel. Ich weiß, was da geht, Jason. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Schade. Schade, Digga! Wir müssen uns um die Party kümmern. Wir setzen die Unterhaltung später fort. Yo! Jason? Wie möchtest du was? Nein, danke. Ich schaffe das schon alleine. Hast du schon das Geschenk für Jason? Ja, ich habe es heute Morgen im Laden gekauft. Ach, wir hatten Glück. Es gab nur noch das eine. Wann kommen Jasons Freunde? Ähm... Die richtige Struppe. So monotonig wie ein Satz-Seller. Nicht wie letztes Jahr. Jason ist glücklich. Ja... Ja... Kaum zu glauben, dass er heute 10 wird. Jungen Götter. Aha... Mir kommt das so vor, als hätten wir erst gestern in der Schule geflirtet. Hm... Wir werden alt, Ethan. Ethan! Mit Aiden Pierce! Es geht ab, was hier ist. Ich mach sie eben sagen... Wie sie fällt jetzt noch nicht. Sie ist so. Ja, sie ist so. oder sie ist so. Ich die ganz steuert. Ja klar, ich schaue nur, ob es immer noch funktioniert. Das Lied. Ja, klar. Das ist so cool. Ah! Lange sie. Ich mache jetzt mit so 300 Wochen Geschwindigkeit. Das sind die Copyright. Das war's, dann legen wir los! Das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal. Vergesst nicht die Glocke aufzudrücken. Eisch gibt es euch auf Instagram. Also atgamerin. Und dort über Behind the Scenes Post und Bilder von Eisch. Und darauf könnt ihr euch Eisch unterstützen. Wir sehen uns im nächsten Part. Sonntagregenie!